Was geht ab? Willkommen Sportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Conor McGregor würde für seine jüngsten Rechtsstreitigkeiten mit Artem Lobov lieber das Ganze auf der Straße klären und das ein für alle Mal als im Gerichtssaal, so wie Artem Lobov es vorhat. Denn Conor McGregor war gestern Abend komplett drauf und hat ein paar sehr, sehr interessante Nachrichten Richtung Artem Lobov geschickt, welche er auch schon wieder gelöscht hat. Denn jetzt hat er gesagt, dass er gegen ihn auf der Street kämpfen möchte. Was er genau von sich gegeben hat, darüber sprechen wir jetzt. Lasst ein Like und ein Abo da, weil 68% von euch dies noch nicht getan haben auf meinem Kanal. Und schaut mit dem Code NoTime bei ESN vorbei. Schlagt heute zu mit maximalen Rabatt. Drei Leute schicken mir ihre Bestellung auf Instagram von euch. Und diese drei Leute dürfen sich dann gerne auch was auf meinen Nacken aussuchen, was dann noch auf die Bestellung dazu draufkommt. Ein Produkt ihrer Wahl. Conor McGregor deutete an, dass er seinen ehemaligen Freund, welcher ihn auf Millionen verklagt hat, gerne auf der Straße jetzt auffressen will und nichts irgendwie vor Gericht oder sonst irgendwas klären kann. McGregor hat die Rechte im vergangenen Jahr für geschätzte 600 Millionen verkauft an die Muttergesellschaft von Jose Cuervo. Und Lobov fordert jetzt 30 Millionen Dollar, also 5% davon. Als Reaktion auf die Klage schlug Conor McGregor vor, dass sich die beiden treffen und einen guten altmodischen Straßenkampf für alle austragen sollen, wie der ehemalige Two-Division-Champion auf Twitter jetzt geschrieben hat. Das ist ein Aufruf an Arten, The Fanny, Pelzmantel, Lobov. Ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Heute Abend um 22.30 Uhr bei SBG, also im Straight Blast Gym in Concord. Und wir werden um alles kämpfen. Um alles. Ja, wir werden um alles kämpfen. Ich werde von Anwälten wegen Verleudung und all dem angeschrieben. Verklagt und so. Du bist eine kleine Blusenfreundin. Wir sehen dich heute Abend um 22.30 Uhr im SBG und wir werden um alles kämpfen, ja? Antworte auf diese verdammte Aufforderung mit Ja, du kleine Bitch, sagt er hier ganz klar und deutlich. Arten versucht jetzt auch noch, mich um meinen Vater wegen Verleudung zu verklagen. Oh Gott, Gott segne dich, du arme, arme Seele. Arten, du siehst wie ein ungekochtes Würstchen aus. Spring mal kurz in die Pfanne, Kumpel. Du siehst einfach schlimm aus. Gott segne dich und du tust mir wirklich extrem leid. Conor McGregor hat ihn natürlich hier aufgefordert, heute Abend 22.30 Uhr dann Gas zu geben, gegen ihn zu kämpfen in einem Streetfight. Ob Arten da wirklich auftaucht, weiß ich nicht. Ich könnte es mir tatsächlich sogar vorstellen. Verrückte Nummer. Auf jeden Fall hat er hier jetzt erstmal wirklich glattes gesprochen. Ist auch natürlich extrem enttäuscht, so wie es sich hier anhört. Und wir werden sehen, ob die beiden nochmal aufeinandertreffen oder ob es jetzt einen langen, ekligen Gerichtsprozess gibt. Lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NotMMA.